Der Stab wird ein ausgezeichnetes Geschenk für meinen Vater abgeben. Du weißt sicher nicht viel über Väter, du wurdest ja von Mönchen aufgezogen. Steck den Avatar einfach in eine Zelle und den hier in mein Quartier. Hey, wie wäre es, wenn du ihn statt meiner zu seinem Quartier bringst? Also ich schätze, dass ihr noch nie gegen einen Luftbändiger gekämpft habt. Ich könnte es mit euch aufnehmen, selbst wenn meine Hände gefesselt sind. Boah! Komm schon, lass uns nicht hängen, flieg los. Ich bitte dich, Appa, wir brauchen deine Hilfe, Arn braucht deine Hilfe. Oh, aufsteigen, in die Höhe. Sokka glaub nicht, dass du fliegen kannst. Ich aber schon, Appa. Komm schon, willst du denn nicht Arn retten? Was genau hat der Kleine nochmal gesagt? Jieha, Hopp, Hopp, Wahoo, Äh, Jepp, Jepp? Du hast es geschafft, Sokka! Er fliegt, Wahnsinn, er fliegt, Katara, er... Ich wollte sagen, na toll, er fliegt. Habt ihr vielleicht irgendwo meinen Stab gesehen? Komm schon, vielen Dank! Entschuldigung! Entschuldigung! Mein Stab! Wie es aussieht, habe ich dich wohl unterschätzt. Ja! Ah! Ja! Ja! Ah! Ah! Ja! 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 Ein Ding! Ja! Ja! Ah! Ja!